Man muss es einfach sagen, Windows 10 ist eines der stabilsten Betriebssysteme aus der Microsoft-Schmiede. Sollten sich jedoch einmal Probleme mit Programmen bzw. Apps einschleichen, gebe ich Ihnen hier noch ein paar Tipps mit auf den Weg. Okay, fangen wir mal bei den Apps an. Wenn es also passiert, dass eine App nicht mehr richtig funktioniert, immer wieder hängen bleibt oder sich gar nicht starten lässt, dann ist der erste Schritt einfach hier im Startmenü und über alle Apps oder auch über eine der Kacheln können Sie dann hier die App direkt deinstallieren. Ich zeige das mal hier bei dem Movie Maker. Rechte Maustaste und Sie finden hier den Eintrag Deinstallieren. Das geht mit nahezu allen Apps. Einige Betriebssystemkomponenten lassen sich nicht deinstallieren, aber dann deaktivieren. Ja und danach gehen Sie einfach in den Marketplace bzw. hier den Store und installieren hieraus die App erneut. Im Store ist auch registriert, dass Sie eine App bereits erworben haben, also wenn Sie hier nochmal den Store öffnen und dann eine App aussuchen, die Sie bereits haben. Hier sehen Sie das, der VLC-Player, der ist bereits erworben, also Sie müssen den dann nicht noch einmal zahlen, sondern können ihn einfach erneut hier aus dem Store installieren. Sollte einmal ein Programm nicht funktionieren, also eine Anwendung wie Microsoft Word oder WordPad, der Movie Maker, dann gibt es zwei Schritte an das Problem heranzugehen. Einmal hier über die Einstellungen. Das heißt, wenn ich hier über System und dann Apps und Features gehe, dann wird Ihnen hier eine Liste der Programme zusammengestellt, die installiert sind. Das heißt zum Beispiel Word Mobile, wenn ich jetzt hier auf das Programm klicke, kann ich hier Deinstallieren auswählen. Auch bei Oracle beispielsweise Deinstallieren und wir schauen mal, was hier unten bei WordPad oder Windows Essentials steht. Wenn ich hier drauf klicke, wird mir lediglich Deinstallieren angeboten. Viele dieser Programme bieten aber auch zusätzliche Features wie Reparieren oder Entfernen von Teilkomponenten an. Das finde ich leider hier in diesem Dialog nicht. Dazu muss ich die klassische Systemsteuerung öffnen. Dazu geben Sie bei Cortana in dem Suchfeld einfach System ein und schon finden Sie hier oben die Systemsteuerung, die ich mit einem Klick öffne. Und in dieser Übersicht finden Sie Programme und Features. Da haben wir sie. Wenn ich hier die Programme und Features starte, sehe ich auch hier eine Übersicht der installierten Programme, genau wie gerade. Es sieht nur nicht ganz so geordnet aus. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel den SQL Server wähle, sehe ich hier oben aber schon, es gibt eine Taste zum Reparieren. Es gibt eine Taste zum Ändern, worüber ich einzelne Komponenten entfernen und hinzufügen kann, um Speicherplatz zu sparen oder auch einfach neue Features hinzuzufügen. Und ich kann hier die komplette Anwendung auch deinstallieren. Ich zeige Ihnen das mal hier unten mit den Windows Essentials, weil da kann ich nicht so viel kaputt machen mit dem SQL Server. Da möchte ich jetzt nicht dran. Ich möchte ja nicht hier morgen Probleme mit der IT-Abteilung hier kriegen. Das ist halt nicht mein Rechner. Aber die Windows Essentials, die habe ich nachinstalliert, also kann ich da auch ruhig ein bisschen dran rumfummeln. So, Sie sehen hier oben den Button Deinstallieren und Ändern. Wenn ich hier draufklicke, wird mir eine Auswahl angeboten, dieses Programm zu reparieren. Dann wird es einfach so, wie es installiert ist, neu installiert und eventuelle Fehler ausgemerzt. Oder ich könnte hier einzelne Komponenten entfernen. Wenn ich jetzt draufklicke, da ist keine große Auswahl, weil ich ja nur den Movie Maker in Kombination mit der Photo Gallery installiert habe. Also kann ich auch nur diese Komponente entfernen. Hier wird mir nicht angeboten, andere noch fehlende Komponenten nachzuinstallieren. Bei anderen Programmen ist das der Fall. Das heißt, das Verhalten dieser Programme bei der Deinstallation ist immer ein kleines bisschen anders. Das hängt immer davon ab, was die Programmierer da für eine Deinstallationsroutine bzw. Installationsroutine hinterlegt haben. Ja, auf diese Art und Weise können Sie dann auch Programme reparieren, verändern bzw. deinstallieren und dann ganz einfach nochmal installieren. Dazu brauchen Sie aber im Regelfall die CD oder DVD, auf dem sich die Installationsdateien für das Programm befinden. Ich schließe das hier wieder. Wenn dieses Deinstallieren und Installieren nicht hilft, dann kann man sich auch hier mit dem Kundensupport für die Software in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten finden Sie ganz einfach durch Suchen im Internet. Das ist meistens ein E-Mail-Formular, manchmal aber auch eine Telefonnummer. Und da werden Sie dann im Regelfall bei der Lösung Ihrer Probleme unterstützt. Ja, jetzt kann es aber auch noch sein, dass am Betriebssystem irgendetwas nicht funktioniert. Das heißt, Ihr Startbutton beispielsweise funktioniert nur, wenn Sie zweimal draufklicken. Oder bestimmte Komponenten lassen sich hier nicht mehr anwählen, da passiert einfach gar nichts. Und Sie sind vollkommen unzufrieden mit dem Verhalten. Dann können Sie auch am Betriebssystem noch ein wenig schrauben. Und zwar auch hier wieder unter Einstellungen. Dann Update und Sicherheit. Und zunächst einmal schauen wir uns hier das Windows Update an. Hier können Sie nach Update suchen. Dieser Rechner ist jetzt auf dem neuesten Stand. Das heißt, vor elf Minuten habe ich hier diese Suche schon einmal gestartet. Es ist hier nichts, was man nachinstallieren könnte. Er ist also auf dem neuesten Stand. Wir schauen mal hier unter weiteren Optionen. Hier finden Sie den Update-Verlauf. Das heißt, hier können Sie sich anschauen, was ist in letzter Zeit alles so installiert worden. Und Sie sehen hier Schritt für Schritt, was alles geklappt, beziehungsweise auch hier mal nicht geklappt hat. Dieser Fehler scheint inzwischen behoben, weil es gibt halt keine Updates, die man installieren könnte. Es kann aber auch mal sein, dass Sie feststellen, Mensch, seit dem letzten Update funktioniert das nicht mehr so richtig. Oder Sie lesen in der Presse, dass ein bestimmtes Update, ein Sicherheitsupdate zu einem Fehler führt. Dann können Sie hier einzelne Updates wieder deinstallieren. Das heißt, Sie sehen jetzt hier die Liste der installierten Updates. Und angenommen, Sie haben halt jetzt in der Presse erfahren, dass dieses Sicherheitsupdate für Windows mit dieser Nummer zu Problemen führt. Dann können Sie es hier markieren und über diesen Button deinstallieren. Dann müssen Sie nur noch Ihren Rechner neu booten und dann sollte der Fehler behoben sein. Wenn er mit diesem Update in Verbindung steht. Auch das mache ich hier jetzt mal nicht. Ja, die letzte Möglichkeit, Ihren Rechner wieder richtig ans Laufen zu kriegen, wäre dann die Wiederherstellung. Auch hier gibt es zwei Varianten. Sie klicken hier auf Los geht's. Also keine Angst, wenn hier steht Los geht's. Das lässt vermuten, dass jetzt sofort etwas passiert. Hier wird zunächst einmal nur eine Auswahl angeboten, nämlich ob Sie Ihren Rechner zurücksetzen möchten, wobei alle Apps und Einstellungen entfernt werden, die Sie seit der Installation vorgenommen haben. Aber Ihre Daten bleiben erhalten. Das heißt also, alle Ihre Fotos und Dokumente bleiben auf dem Rechner, aber das Betriebssystem wird neu installiert. Und hier wird das Betriebssystem komplett neu installiert. Ihr Rechner ist dann wieder so wie am ersten Tag. Das sollte aber wirklich so der letzte Schritt sein, wenn es gar nicht mehr anders geht. Mit diesen Schritten sollte es möglich sein, ein Großteil Ihrer Probleme, die eventuell durch Software auftreten, wieder in den Griff zu kriegen. Wenn alle Stricke reißen, muss man halt schlimmstenfalls das Betriebssystem neu installieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2020